Servus, wir sind heute in der Nähe von Hutkurm im Bayerischen Wald unterwegs und da zeigt uns der Franz einmal mögliche rund 1000 Höhenmeter. Es war heute kein Gipfel dabei, aber mit dem Grund für den Schnaps finden wir schon. Also packen wir es. Untertitelung. BR 2018 Musik 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 Mit dem ewigen Auf und Ab haben wir inzwischen auch schon 150 Höhenmeter. Jetzt geht es nochmal mit dem Trail runter und dann kommen wir ein. Musik 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 Auf unseren Guide Auf unseren Guide Auch wenn wir auf keinem Kreuz sind oder bei keinem Kreuz, aber höchster Punkt. Also Schnapslos. Hächster Punkt der Tür. Und? Bitteschön. Sehr gut. Sehr gut. Prost. 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 Also nie einer. Prost. 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 Nach 48 Kilometern und gut 1000 Höhenmetern nähert sich eine Genuss-Tour dem Ende. Es war zwar in der höchsten Hälfte ein wenig asphaltlastig, aber dafür ist es in der zweiten Hälfte umso würdischer und schöner geworden. Richtig schön und abwechslungsreich ist es da an Ohl und Öls entlang gegangen und eine wunderschöne Gegend ist auch in Ägypten.